Das war jetzt irgendwie nicht so überragend schwer. Oh, ich war gerade richtig geflasht von dem Gegner hier. Ich bin es gerade, glaube ich, immer noch. Alter, wenn der doch mitschaut. Ist der einen Keks gegessen, oder wie? Aua. Bamm. Aua. Schlecht ausgewichen. Sehr schlecht ausgewichen. Was mache ich denn da? Na, komm. Wie schlecht bin ich denn gerade? Ernsthaft, weil ich habe ihn schon 150 Mal gemacht. Jetzt kriege ich den nicht geschissen. Komm, tsch. Warum reflektiert das nicht? Das ist doch nicht so früh. So, jetzt aber. Wie der guckt, ey. So creepy. Warte mal, ob ich der da angreift, weil der, der kann einfach gar nichts. Ja, mach halt. So, durch. Nächstes kaputt. Oh, machs gar nichts. Da hast du ja gedacht, du kannst hier was machen, aber mit der gar nichts. Da hängt den immer noch richtig creepy. Allein unbädig. Kotzigieren. Da müssen wir wieder fliehen. Das wird nicht überstehen. Ah ja. Die ganze Zeit. Oh, wir haben schon 4.000 Zähne. Fällt mir gerade auf. Das Spiegelbild gibt bisweilen mehr von der Realität preis, als das gespiegelte. Gut, und an dieser Stelle würde ich sagen, gute Stelle für einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. War eine aufregende Folge, eigentlich auch. Wenn wir nicht kämpfen. Tschüss. Und das sind wir wieder bei einer neuen Folge. Alice, Madness Returns. Und sie... Äh... Hat schon keinen Bock. Alice, ne? Willst du nicht mehr weitermachen? Ja, komm mal. Ja, weiter. Hallo und herzlich willkommen. Und es war so klar, dass hier ein Kampf ist oder irgendwas. Achso, ein Schachspiel. Ein Schachspiel, okay. Ähm. Ja, easy peasy. Oh mein Gott. Oh. Also der... Der zerfickt uns. Ähm. Okay, 10 Züge haben wir. Wenn ich jetzt mit dem hier auf die Seite gehe. Hallo? Ja. Ich kann... Ich kann den angreifen. Hallo? Ne, ich bin ein Bauer. Ich kann den kaputt machen. Hast du nicht Schach gespielt oder wie? Ach, warte mal. Ich kann nur damit laufen. Ja, und wie kill ich den jetzt? Ah. Ja, komm, ey. Ja, und dann muss der andere auch noch da drauf. Boah, scheiße. Okay, eins vor. Eins nach da. Eins nach da. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Und da hin. Boah, nicht mal easy. Nicht mal easy. Aber, äh, ja, weißt du, wir sind einfach... Ich bin einfach so pro in solchen Sachen. Ne? Ah, ja, Arroganz vor du hin. Ähm. Okay, sowas ist halt echt klar. Ich... Einmal... Allerum. Also versprechen. Äh, ich weiß, keine Leute, die können das überhaupt gar nicht. So Schachzeug. Aber ich hätte es gewundert, ich konnte den jetzt gar nicht kaputt machen. Weißt du, ich bin doch mal ein Bauer. Und Bauern können richtig hart metzelt. Hoppa. Finde ich nicht falsch gelaufen? Ne, bin ich nicht. Äh, wer der Hammer, ey. Also meine Lieblingswaffe bleibt, ist und bleibt die Vorballklinge. Ich finde die so mega geil. Und wenn wir uns... Wenn wir... Wenn nichts gescheit... Gescheit ist, kommt als nächstes, ey, dann sage ich euch. Ich knall alles auf die Vorballklinge. Ich kämpfe nur mit dem Ding hier, weißt du. Pam. Eee. Bäh. Hopp. Steh auf. Ich kann auch noch so geil, die schnell die Waffen wechseln und schneller mitkämpfen. Was ist das für ein Tod? Da. Da ist was. 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 Oh ja. Oh ja. Ein Challenge wartet auf uns. Und, äh, ich würde sagen, es ist einfach ein Überleben auf Zeit. Wir müssen nicht mal kämpfen. Also wir müssen nicht mal kämpfen. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine. Äh. Es hängt wieder. Wunderbar. Äh. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Okay, jetzt kommt der hin. Die haben wir auch eine Weile nicht gehabt. Also ich würde jetzt grob sagen, wir müssen aber auf Zeit überleben. Also. Äh. Weil das ist halt ein Kampf, ne? Vier von, ne. Noch drei von denen. Äh. Das ist echt nicht easy. Na komm. Machen wir mal den hier. Der kann nicht. Der kann nichts. Ich kann da nichts machen. Das wäre scheiße, wenn das jetzt kein so ein Kampf ist, wie ich das eben gesagt habe. Weil dann wären wir hart aufgeschmissen. Ah, Erfolg. Da. Zeit. Win. Komm, Alice, nicht trödel. Du hast schon den Zug verpasst. Ja, sag's mir doch 150 Mal. Bam. Zwei. Essig, ja. Hase, ey. Wow, 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 wow. Ey, dieser Bug, dass die dann einfach geradeaus vorläuft, ist es richtig nervig. irgendwann wird es mich kosten deswegen da schon wieder soll damit aufhören ernsthaft es wird ja nur weh tun 4100 szene wir haben seit ich weiß nicht seit dem ersten kapitel oder zweiten kapitel anfangen nix ausgegeben aber nur ein einziges mal da ist eine schweinsnase sie gesehen sie gesehen die sniper die wir jetzt hier weg das wird nicht angezeigt was sie gemacht hat könnte die gemacht haben das obst kopf aber wenn es nur das ist mann nicht hoch machst du ellis schlagen treffen alter ne ich will den da treffen was sind wieder steuerungen los na machst du den hier kalt oh oh Mauer dich weg, ey. Du hast gar keine Chance, hier irgendwas zu machen. Kack, Viecher herzhaft, ich hasse die Viecher, ich hasse die Fliegeviecher, ich hätte von mir gerade weg, von mir aus gerade, äh, weg, brauche ich nicht in dem Spiel. So, hier sehen wir was, da ist eine Flasche, das ist schön zu wissen, dann haben wir hier, ne, was haben wir noch hier so, da ist was oben, hm. Guck, das ist jetzt das einzige, was da special ist, sehr schwer, ach ja, nein, 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 ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist, und zwar aus dem Grund, da ich voraufnehme, ein klein wenig, und, gerade eben habe ich gehört, es gibt Essen, dann bis gleich, so, da sind immer wieder. Wunderbar, ey, wir machen weiter und schon schreibt jemand auf Skype. Oh, was ist das denn? Aha. Aha. Da? Ja, da komme ich nicht mehr hoch. Aha. Nicht getroffen. Dann so. Ui, 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 spring. Bring weiter Alice, spring. Du bist die Vogel Alice, du bist, äh, du kannst fliegen. Scheiße. Das ist ein Scherz. Ich bin da. Ja. Komm, fahr hoch, scheiß Ding. Ja, wunderbar. So. Jetzt gibt's noch hier was zu erledigen. Ähm, sondern, ja, wir müssen da rüber. So. Ui, ui, fast runtergefallen. Aber kein Problem. Der Power Alice, äh, ich hab das Gefühl, ich rede die ganze Zeit von so einem Waschmittel oder sowas. So. Kaufen Sie heute den Power Alice 2000, äh, ja, und so weiter, ne? Ah, ich war gerade essen. Und, boah, ich muss gleich, ich muss auch nochmal kurz was machen. Ja, wunderbar. Ja, wieder einen kleinen Moment. Boah, die kleinen Pausen, ey, die kommen jetzt grad voll oft, ne? Und dann sind wir wieder da und dann können wir gleich weitermachen, so. Ah, kurz mal in der Nase kratzen und dann holen wir uns diesen Zahn da, ne? Ach komm, leck mich am Arsch. Ach, Alice, ey. So, wiederum weiß ich nicht. Was ist das denn? Ähm. Ich glaub, der Hebel ist gezogen worden. Warte. Da geht's auch weiter. Nein. Nee, das hab ich... Das hab ich ganz am Anfang gemacht. Das müsste gemacht sein. Aber müssen wir ihn durch? Da müssen wir ihn durch. Das heißt, da kommt das Häschen drauf. Ja. Ja. So, drauf. Das Häschen können weg. Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie's tun. Manche wollen einfach nicht. Und wieder Schach. So, dann gucken wir mal. Gut, also den der ist, der ist ja sicher, ne? Gut, vor können wir nicht, da gehen wir da hin. Da hin. Da hin. Ähm. Da hin. Ja. 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 Vielen Dank.